In den unermesslichen Weiten des Kosmos, wo die Sterne Geheimnisse aus der Vergangenheit flüstern, gibt es einen Moment in der Zeit, ein Schlüsselereignis, das die Aufmerksamkeit derjenigen erregt, die es wagen, hinter den Schleier zu blicken. Willkommen, ihr Suchenden des Unbekannten, im mysteriösen Zentrum, dem Heiligtum, in dem sich die mystischen Fäden des Universums mit der Essenz unserer Existenz verflechten. Wenn der himmlische Tanz den Monat April 2024 einläutet, stehen wir an der Schwelle zu einer kosmischen Konvergenz, einem astrologischen Meilenstein, wie es ihn seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat. Unter dem Schatten einer totalen Sonnenfinsternis, wenn Sonne und Mond sich in einer himmlischen Umarmung vereinen, öffnet sich ein Tor, das die unergründlichen Tiefen des Schicksals offenbart. Dies ist nicht nur eine Ausrichtung der Himmelskörper, sondern ein Signal, ein Vorbote des Wandels, der uns auffordert, tief in die Gewässer der Fische zu blicken und die Geheimnisse zu ergründen, die unter der Oberfläche liegen. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die Astrallebenden, geleitet von der leuchtenden Spur des Kometen P12P-Ponbrook, eines himmlischen Wanderers, der nach 71 Jahren zu uns zurückkehrt und dessen eisiges Antlitz unseren Weg zur Erleuchtung erhält. In dieser epochalen Episode werden wir den kosmischen Wandteppich enträtseln und die mächtigen Energien erforschen, die unter der verdunkelten Sonne aufsteigen und anschwellen. Wenn sich das himmlische Uhrwerk im riesigen Theater des Kosmos ausrichtet, erscheint der April 2024 als ein Leuchtfeuer mystischer Offenbarungen, das Ereignisse ankündigt, die von uralten Prophezeiungen und der Entfaltung der tiefsten Geheimnisse des Universums flüstern. Im Mittelpunkt dieser rätselhaften Symphonie steht eine totale Sonnenfinsternis, ein astrales Phänomen, das die Menschheit seit Anbeginn der Zeit fasziniert und verwirrt. Am achten dieses entscheidenden Monats werden sich Sonne und Mond in einem himmlischen Tanz in den mystischen Wassern der Fische umarmen und einen Schatten werfen, der die gesamte Breite Amerikas durchquert. Dies ist keine gewöhnliche Konstellation. Wenn sich diese beiden Himmelskörper auf 25 Grad treffen, aktivieren sie die latenten Energien bestimmter Konstellationen und entfesseln einen Strom kosmischer Kräfte, der tiefgreifende Veränderungen auf dem gesamten Globus auslösen wird. Diese Ausrichtung ist ein kosmisches Signal, ein Zeichen des Wandels, das darauf hindeutet, dass der Pfad der Sonnenfinsternis über Amerika nicht nur ein Spektakel aus Licht und Schatten ist, sondern ein Vorbote bedeutender Veränderungen im kollektiven Bewusstsein und in der Struktur unserer Realität. Zusätzlich zu diesem kosmischen Ballett markiert die Sonnenfinsternis den Beginn des astrologischen Neujahrs im Reich der Wiegastrologie, einem System, das die Seele des Universums durch eine Linse betrachtet, die sich stark von der seines westlichen Gegenstücks unterscheidet. Dieser Moment bedeutet nicht nur eine Erneuerung des himmlischen Zyklus, sondern eine tiefere, tiefere Wiedergeburt von Energien, Absichten und Möglichkeiten. Als erster Neumond des astrologischen Jahres verkörpert er die Essenz des Anfangs, eine Zeit, in der wir die Samen neuer Träume, Bestrebungen und Wege in den fruchtbaren Boden unseres Wesens pflanzen. Während wir also durch die Strömungen dieses außergewöhnlichen Monats navigieren, sind wir eingeladen, über die Geheimnisse und die kraftvollen Energien nachzudenken, die er enthüllt. Das Universum bietet uns in seiner unendlichen Weisheit einen Schlüssel, um die Türen der Wahrnehmung zu öffnen und die Welle der Erneuerung, die über den Kosmos schwappt, zu umarmen. In dieser heiligen Zeit sind wir sowohl Zeugen als auch Teilnehmer des großen kosmischen Spiels und dazu aufgerufen, unsere Herzen und unseren Geist für die Veränderungen zu öffnen, die am Horizont unserer gemeinsamen Reise winken. In der kosmischen Tapisserie, die das Schicksal und die Geschicke unserer Welt bindet, gibt es nur wenige Boten, die so bedeutungsvoll und geheimnisvoll die Leere durchqueren wie die Kometen. P12 P. Pondrook, ein himmlischer Wanderer, der alle 71 Jahre an unseren Himmel zurückkehrt, wird am 21. April in Erscheinung treten und seinen eisigen Blick vom feurigen Widder aus auf die Erde werfen. Die Reise dieses Kometen durch die himmlische Sphäre ist nicht nur ein astronomisches Ereignis, sondern ein Vorbote tiefgreifender Veränderungen und Vorzeichen, die insbesondere mit den konzentrierten Energien des Widders in Resonanz stehen. Dies ist ein Reich der Aktion, der Anfänge, ein Zeichen, das die ursprünglichen Energien der Schöpfung und des Konflikts anregt, was darauf hindeutet, dass der Durchgang des Kometen mit Ereignissen verwoben sein könnte, die bedeutende Auswirkungen auf die Leinwand der menschlichen Angelegenheiten haben. Das Vorwissen derjenigen, die auf das Murmeln des Kosmos eingestimmt sind, ist eine seltene Gabe, die es erlaubt, die Entwicklung von Ereignissen, die unsere Welt formen, vorher zu sehen. Die Vorhersage eines bedeutenden Ereignisses, bevor es eingetreten ist, ist eine deutliche Erinnerung an den komplizierten Tanz zwischen Schicksal und freiem Willen, dem Zusammenspiel der kosmischen Kräfte und dem menschlichen Handeln. Während wir uns der Konvergenz der Energien im April nähern, wird der Ruf nach Vorbereitung immer dringlicher. Es ist kein Aufruf zur Angst, sondern zur Bewusstheit, der uns dazu auffordert, uns mit Weitsicht und Widerstandsfähigkeit gegen die Gezeiten des Wandels zu wappnen. Doch im Wirbelwind der kosmischen Kräfte und den turbulenten Ereignissen, die sie ankündigen können, liegt auch eine tiefe Einladung, eine Einladung, diese Energien für positive Zwecke zu nutzen. Das Universum handelt nicht in absoluten Kategorien von Gut und Böse, sondern bietet uns eine Palette von Energien, mit denen wir unser Schicksal gestalten können. Es zeugt von der Widerstandsfähigkeit und Kreativität des menschlichen Geistes, dass wir selbst angesichts des potenziellen Chaos dazu ermutigt werden, Harmonie zu suchen und inmitten der Umwälzungen Wege der positiven Transformation zu finden. Dieser Aufruf zum Handeln ist nicht nur ein Plädoyer für passive Hoffnung, sondern eine Aufforderung, unsere kollektive Verantwortung für die Gestaltung des Laufs der Dinge wahrzunehmen. Unter dem Schatten der Sonnenfinsternis entfaltet sich eine himmlische Erzählung, die Merkur eine zentrale Rolle als Götterbote zuweist. An einem kritischen Punkt positioniert, wird der Einfluss von Merkur während dieser Sonnenfinsternis zu einem Kanal für Offenbarungen, der in uns ein erhöhtes Bewusstsein weckt. Diese Erleuchtung bringt jedoch ein eigenes Labyrinth von Komplexitäten mit sich, denn die Klarheit der Merkur-Botschaft kann von Zweideutigkeiten umhüllt sein und uns herausfordern, durch einen Nebel von Missverständnissen und Prüfungen zu navigieren. Diese Zeit fordert uns auf, vorsichtig zu sein, mit offenem Geist und Herzen, bereit, die kryptischen Einflüsterungen des Kosmos zu entschlüsseln. Der Wandteppich himmlischer Ereignisse webt eine Verbindung durch die Zeit und verbindet die Energien der bevorstehenden Sonnenfinsternis mit vergangenen Ereignissen, insbesondere mit einem seismischen Moment im Oktober 2023. Die Schatten, die dieses Ereignis geworfen hat, wirken nach und deuten auf das Potenzial für eskalierende Konflikte oder transformative Veränderungen auf der globalen Bühne hin. Diese Echos aus der Vergangenheit erinnern uns an die zyklische Natur kosmischer Einflüsse und fordern uns auf, Lehren aus vergangenen Episoden zu ziehen und uns auf die Wellen vorzubereiten, die die Ruhe unserer gegenwärtigen Ära noch stören könnten. Inmitten dieses kosmischen Balletts entzündet eine seltene Konjunktion von Jupiter und Uranus im feurigen Zeichen widder den Himmel und kündigt eine Zeit dramatischer Wiedergeburt und Innovation an. Diese Konstellation ist ein zweischneidiges Schwert, denn sie verspricht bahnbrechende Ideen und Neuanfänge, birgt aber auch die Saat von Unruhen, Umwälzungen und einer Herausforderung des Status quo. Das Zusammentreffen von Jupiter, dem Planeten der Expansion und des Glücks, mit Uranus, dem Vorboten des Wandels und des Umbruchs, im dynamischen Reich des Widders, zeugt von einer kollektiven Sehnsucht nach Freiheit und einem Bruch mit den Ketten der Konventionen. Dieses himmlische Ereignis ruft uns dazu auf, das Chaos der Schöpfung anzunehmen, Ordnung im Wahnsinn zu finden und die turbulenten Energien in Richtung eines neuen Weges für die Menschheit zu lenken. Während sich die Himmelskörper in einer Symphonie kosmischer Synchronicität ausrichten, stehen wir an der Schwelle zu einer epochalen Welle des spirituellen Erwachens. Dies ist ein Ruf an die Seele, ein Winken zu einer Reise tiefgreifender Selbstentdeckung und Befreiung. Die gegenwärtigen himmlischen Ereignisse deuten auf eine seismische Verschiebung des kollektiven Bewusstseins hin, die die Grundfesten der etablierten Machtstrukturen in Frage stellt und eine neue Ära individueller Freiheit und Erleuchtung ankündigt. Diese spirituelle Renaissance lädt uns ein, die Fesseln überholter Paradigmen abzustreifen, zu hinterfragen, zu suchen und das Wesen unserer Existenz im Einklang mit den universellen Wahrheiten neu zu definieren. Im Herzen dieses transformativen Umbruchs liegt die heilige Praxis der inneren Arbeit. Die Reise zur globalen Heilung beginnt im Allerheiligsten unseres eigenen Seins. Es ist ein Weg der Selbstbeobachtung, der Konfrontation mit unseren Schatten und ihrer Umarmung, der Heilung unserer Wunden, um ganz und strahlend hervorzugehen. Dieser Prozess der persönlichen Alchemie ist nicht nur ein Akt der Selbstwiederherstellung, sondern ein Beitrag zur kollektiven Seele der Menschheit. Indem wir unsere innere Wahrheit finden und uns mit unserem Höchsten Selbst in Einklang bringen, werden wir zu Leuchtfeuern des Lichts, Katalysatoren für den Wandel und Architekten einer neuen Weltvision. Während wir durch diese stürmischen Gewässer des Wandels navigieren, sollten wir uns daran erinnern, dass wir nicht nur Passagiere sind, sondern Mitgestalter unseres Schicksals. Der Kosmos ruft uns auf, uns zu erheben, zu unserem Potenzial zu erwachen und unsere individuellen Fäden in den lebendigen Teppich der kollektiven Evolution zu weben. Halten wir bei diesem heiligen Unterfangen an der Liebe, dem Mitgefühl und dem unerschütterlichen Glauben an die grenzenlosen Möglichkeiten fest, die in und vor uns liegen. Während wir also zu den Sternen blicken, lasst uns das Licht des Bewusstseins, den Mut zur Veränderung und den Geist der Einheit weitertragen. Mögen wir kühn in die Morgendämmerung eines neuen Zeitalters schreiten und die Fackel der Hoffnung und das Versprechen einer helleren, bewussteren Welt tragen. Mögen wir auf dieser großen kosmischen Reise Kraft in unserer gemeinsamen Menschlichkeit finden, Frieden in unseren Herzen und eine Vision, die uns zu einer harmonischen Existenz mit allem, was es, führt. Danke, dass Sie sich dieser Reise der Entdeckung und Erleuchtung anschließen. Mögen wir, während sich die Geheimnisse des Kosmos weiter entfalten, die Reise mit offenen Herzen und offenem Geist antreten und stets bereit sein, zur Entfaltung der Geschichte unserer Zeit beizutragen. Namaste